Nach der Beerdigung seiner Mutter fand Miguel vorübergehend Unterschlupf im Haus von Familienfreunden. Als er jedoch in das Haus zurückkehrte, das er mit seiner Mutter geteilt hatte, erwartete ihn eine verwirrende Überraschung. Seine Onkel und Tanten hatten sich das Haus angeeignet und zeigten keinerlei Bereitschaft, es mit dem jungen Mann zu teilen, der dann zu einem entfernten Verwandten in einer anderen Stadt geschickt wurde. Doch die Jahre sollten eine unerwartete Wendung in dieser Geschichte bringen. Gabriel war eine Frau von unerschütterlicher Stärke. In den letzten Monaten hatte sie einen erbitterten Kampf gegen den Krebs geführt, und ihre Motivation, diesen Kampf zu gewinnen, konzentrierte sich auf ihren 13-jährigen Sohn Miguel, der sie zutiefst bewunderte. Doch hinter ihrer Entschlossenheit verbarg sich eine einzigartige Lebensgeschichte, eine Geschichte, die sie auf besondere Weise geprägt hatte. Sie war die älteste Tochter von vier Geschwistern, aufgewachsen in einem Zuhause, in dem finanzielle Stabilität eine Realität war. Ihre Eltern besaßen Immobilien und hatten andere erfolgreiche Unternehmen. Doch Gabriel ließ sich nie von den materiellen Gütern der Familie beeindrucken. Schon in jungen Jahren strebte sie danach, ihren eigenen erfolgreichen Weg zu gehen, geleitet von ihren Träumen und Ambitionen. Während ihre Geschwister das gute Leben genossen, das ihnen das Geld ihrer Eltern ermöglichte, widmete sich Gabriel dem Studium und war entschlossen, ihren eigenen Weg zu schmieden. Sie wählte die Architektur als ihre berufliche Laufbahn und baute sich mit Entschlossenheit und Talent einen respektablen Ruf in diesem Bereich auf. Aber es gab ein Element in ihrer Geschichte, das sie immer begleitete, Vincent. Schon seit vielen Jahren, seit ihrer Studienzeit, führte Gabriel eine Beziehung mit ihm. Ihre Träume von einer gemeinsamen Zukunft hielten an, aber Vincent schien zögerlich zu sein, sich auf eine ernsthaftere Verbindung einzulassen. Im Laufe der Jahre hatten sich ihre Prioritäten und Perspektiven in Bezug auf die Beziehung voneinander entfernt, und Gabriel befand sich an einer emotionalen Kreuzung. Die Dinge nahmen eine noch drastischere Wendung, als Gabriel herausfand, dass sie schwanger war. Die Nachricht war eine Achterbahn der Emotionen für das Paar. Während Gabriel vor Freude und Hoffnung über die Aussicht, Mutter zu werden, strahlte, war Vincent schockiert und besorgt über die Auswirkungen, die dies auf ihr Leben haben würde. Vincents Reaktion war ein Schock für Gabriel. Sie hatte erwartet, dass er ihre Begeisterung für die bevorstehende Geburt ihres Kindes teilen würde, aber stattdessen schien Vincent etwas Unvorstellbares für sie vorzuschlagen. Er schlug vor, dass Gabriel in Betracht ziehen sollte, die Schwangerschaft nicht fortzusetzen, eine Idee, die weit entfernt von ihren Plänen war. Für Gabriel war diese Schwangerschaft ein göttliches Geschenk, eine Gabe, die sie bereit war, mit offenen Armen anzunehmen. Die Entscheidung von Vincent, sich von Gabriel und dem Kind zurückzuziehen, traf sie schwer. Sie musste die Kraft finden, alleine weiterzugehen und auf ihre Liebe zu dem kommenden Kind zu vertrauen. Obwohl es eine herausfordernde Reise war, klammerte sich Gabriel an die Aussicht auf eine glänzende Zukunft neben Miguel. Als Miguel schließlich geboren wurde, stand Gabriel vor den Herausforderungen, eine alleinerziehende Mutter zu sein und gleichzeitig ihre berufliche Karriere fortzusetzen. Die Pflege eines Neugeborenen alleine war erschöpfend, aber Migüls Lächeln und die Freude, die er in Gabrieles Leben brachte, waren belohnend. Bewusst von den Schwierigkeiten, mit denen Gabriel konfrontiert war, boten ihre Eltern Unterstützung an und schlugen vor, dass sie und Miguel für eine Weile bei ihnen wohnen sollten. Gabrieles Eltern, bereits im fortgeschrittenen Alter, öffneten ihre Türen und Herzen für ihre Tochter und ihren Enkel. Sie wurden eine entscheidende Hilfe in den ersten Jahren von Migüls Leben und Bodenliebe, Fürsorge und emotionale Unterstützung. Die Jahre vergingen und Gabrieles und Migüls Leben waren mit denen ihrer Großeltern verwoben. Gabriel balancierte ihre Karriere mit der Erziehung von Miguel, während ihre Eltern die Freude hatten, Großeltern zu sein. Es war eine Zeit der Einheit und Stärkung familiärer Bindungen. Aber das Alter begann sich auf das ältere Paar auszuwirken. Innerhalb eines Jahres verstarben beide, und sie hinterließen Gabriel und Miguel ein tiefes Loch in ihren Herzen. Der Verlust ihrer Eltern war überwältigend. Die Beziehung zwischen Gabriel und ihren Geschwistern war immer distanziert, und sie besuchten die Eltern selten, solange sie lebten. Selbst als die Beerdigungen ihrer Eltern stattfanden, kamen sie zu spät, mehr aus Pflichtgefühl als aus echter Trauer. Gabriel hingegen spürte jeden Verlust zutiefst, da sie eine tiefe Verbindung zu ihren Eltern hatte und bis zum Ende für sie sorgte. Der Letzte, der verstarb, war Gabrieles Vater, und einige Wochen später trafen sich die vier Geschwister vor einem Anwalt zur Testamentseröffnung. Die gleichmäßige Verteilung des Erbes unter den Kindern brachte den Geschwistern von Gabriel eine gewisse Erleichterung. Jeder von ihnen erhielt seinen Anteil an Immobilien und finanziellen Werten, aber es hing eine hartnäckige Frage in der Luft über das Schicksal des Familienhauses, das immer das wertvollste Anwesen war. Als die Frage nach dem Haus während der Testamentseröffnung aufkam, enthüllte der Anwalt, dass der verstorbene Vater spezifische Anweisungen für das Haus hinterlassen hatte. Gemäß den Anweisungen könnten Gabriel und Miguel weiterhin im Haus wohnen, aber es gab einen anderen Zweck dafür, der in einigen Jahren enthüllt werden würde. Trotz des ererbten Wohlstands und der wertvollen Immobilien konnten die Geschwister von Gabriel nicht verhindern, dass sie Neid empfanden, dass sie weiterhin in diesem luxuriösen Haus leben dürfte. Gabriel ließ sich nicht von der Eifersucht ihrer Geschwister erschüttern. Sie war entschlossen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren, und arbeitete weiterhin als Architektin, lebte von den Früchten ihrer eigenen Arbeit. Ihre Karriere war ein wichtiger Teil ihrer Identität und bedeutete ihr viel mehr als nur materielles Erbe. Es war zu dieser Zeit, als Miguel bereits dem Jugendalter näher kam, dass Gabriel einige besorgniserregende Symptome zu spüren begann. Nach einer Reihe von detaillierten Untersuchungen kam die Diagnose wie ein verheerender Schlag, Krebs. So begann der Kampf. Gabriel setzte ihren Kampf gegen den Krebs mit unbeirrbarer Entschlossenheit fort. Zwischen Behandlungssitzungen und starken Medikamenten zeigte sie bewundernswerte Ausdauer. Sie meisterte jede Herausforderung mit Mut und bewahrte stets die Hoffnung, dass ein Wunder geschehen könnte und sie diese schreckliche Krankheit besiegen könnte. Die erschütternde Nachricht des Arztes ließ sie jedoch den Boden unter den Füßen verlieren. Die Tatsache, dass die Behandlungen nicht anschlugen und sie nur noch wenige Monate zu leben hatte, versetzte sie in einen Schockzustand. Gabriel wusste, dass ihr Kampf zu Ende ging, und das Gefühl der Ohnmacht überwältigte sie. Vor diesem traurigen Hintergrund traf Gabriel eine bewusste Entscheidung. Sie beschloss, die verbleibende Zeit bestmöglich zu nutzen und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählte, die letzten Momente mit ihrem Sohn Miguel zu verbringen. Mit schwindenden Tagen fand Gabriel die Kraft, den Abschied mit Dankbarkeit und Liebe anzunehmen. Sie wusste, dass das Leben vergänglich war, aber die Liebe, die sie mit Miguel teilte, war ewig. Und so fand Gabriel Frieden in den Armen ihres Sohnes in ihren letzten Momenten. Gabrieles Beerdigung war ein bewegender Anlass, an dem Menschen teilnahmen, die in ihrem Leben und ihrer Reise wichtig waren. Freunde, Arbeitskollegen und diejenigen, die besondere Momente mit ihr geteilt hatten, versammelten sich, um einer tapferen und inspirierenden Frau ihre letzten Ehren zu erweisen. Das auffällige Fehlen von Gabrieles Geschwistern wurde nicht übersehen. Jeder von ihnen hatte seine eigenen Verpflichtungen und Gründe, die sie daran hinderten, an der Beerdigung ihrer eigenen Schwester teilzunehmen. Einige Freunde von Gabriel entschieden sich, den kleinen Miguel in ihrem Haus aufzunehmen. Nach einigen Tagen brachten sie Miguel zurück zu dem Haus, in dem er zuvor gelebt hatte, damit er einige Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände abholen konnte. Als sie dort ankamen, wurden sie von Miguels Onkeln überrascht, die Geschwister von Gabriel waren. Die Onkel drückten ihren Wunsch aus, sich um Miguel zu kümmern, und versicherten den Freunden, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssten. Miguel kannte die Onkel kaum, da er sie nur einige Male in seinem Leben gesehen hatte. Die Onkel, obwohl erwachsen, zeigten ein unverantwortliches und unreifes Verhalten. Das Haus, das zuvor ein Ort der Ruhe war, wurde zum Schauplatz häufiger und ungeplanter Partys. Es gab keine festgelegte Routine, und die Onkel schienen von dem Erbe zu leben, das sie von ihren Eltern erhalten hatten, ohne klare Absicht oder Verantwortung. Miguel fühlte sich unwohl in der chaotischen und unsicheren Atmosphäre, die im Haus herrschte, und flüchtete sich oft in sein Zimmer. Dort fand er Zuflucht und konnte inmitten des Wirrwarrs von Partys und unberechenbarem Verhalten draußen ein gewisses Maß an Normalität aufrechterhalten. Eines Tages teilten Miguels Onkel ihm mit, dass es Zeit sei, seine Sachen zu packen, da er zu einem entfernten Verwandten geschickt werde. Die Onkel organisierten den Transport für Miguel und zahlten dem Verwandten eine geringe Summe, damit er sich um den Jungen kümmerte. Das Haus, in das Miguel gebracht wurde, war einfach und bescheiden. Er teilte sich ein kleines Zimmer mit drei anderen Kindern, und das Leben dort war sehr anders als das, was er zuvor gekannt hatte. Die Onkel konnten schließlich das Haus übernehmen, das früher der Familie gehörte, aber die Umstände waren für Miguel ziemlich herausfordernd. Sie ahnten nicht, dass das wahre Schicksal dieses Hauses in den kommenden Jahren enthüllt werden würde. Das Haus bag Geheimnisse und Zwecke, die bis zum richtigen Zeitpunkt verborgen bleiben würden, bereit, enthüllt zu werden. Der Tag, an dem Miguel 18 Jahre alt wurde, markierte einen entscheidenden Moment in seinem Leben. Der Verwandte, der ihn gegen eine geringe Entschädigung aufgenommen hatte, informierte Miguel, dass er mit der Volljährigkeit seinen eigenen Weg gehen sollte, da die Onkel keine finanzielle Unterstützung mehr schicken würden. Miguel, der davon träumte, seiner Mutter zu folgen und Architektur zu studieren, sah seine Zukunft plötzlich unsicher und herausfordernd, da er nicht einmal einen Ort zum Leben hatte. Allerdings sollte das Schicksal von Miguel bald eine überraschende und ermutigende Wendung nehmen. Er erhielt einen unerwarteten Besuch, den Familienanwalt, den gleichen Anwalt, der sich um das Testament seines Großvaters gekümmert hatte. Der Anwalt hatte Neuigkeiten, die das Leben von Miguel vollkommen verändern würden. Mit einem Lächeln im Gesicht teilte der Anwalt die aufregende Nachricht mit, Miguel, da du jetzt volljährig bist, wirst du Zugang zu all dem Vermögen und den Werten haben, die deiner Mutter gehörten. Wie du dich vielleicht erinnerst, hat deine Mutter das geerbte Geld nie verschwendet, sie hat es investiert, und jetzt gehört alles dir. Miguel, du bist jetzt ein Millionär. Miguel war sprachlos angesichts der weiteren Enthüllung des Anwalts. Die Worte, die folgten, verstärkten nur seine Überraschung und Dankbarkeit. Es gibt noch eine Sache, Miguel. Dein Großvater hat vor seinem Tod Anweisungen bezüglich des Familienhauses hinterlassen. Diese Anweisung bestand darin, dass das Haus dem geliebten Enkel, also dir, übergeben wird, wenn du 18 Jahre alt wirst. Die Nachricht, dass das Haus jetzt Miguel gehörte, schockierte die Onkel, die es nicht fassen konnten und empört waren. Sie konnten nicht verstehen, warum etwas so Wertvolles in die Hände des Sohnes ihrer verstorbenen Schwester gelangen sollte. Die Enthüllung überraschte sie und ließ sie verärgert zurück, sie hinterfragten die Entscheidungen ihres Vaters. Es gab einen tiefen Grund für die Wahl des älteren Herrn. Er hatte in den ersten Jahren von Migüls Leben eine bedeutende Rolle gespielt. Er hatte Migüls erste Schritte, seine ersten Worte miterlebt und kostbare Momente mit ihm geteilt. Der Großvater hegte eine tiefe Liebe für diesen Jungen und diese besondere Verbindung bestand bis zu seinem letzten Tag. Für den Großvater war die Entscheidung, das Haus Miguel zu hinterlassen, nicht nur eine Frage des Eigentums, sondern eine Möglichkeit, die Liebe und Beziehung zu ehren, die sie teilten. Er glaubte, dass das Haus der richtige Ort für seinen Enkel war, wo er seine Zukunft aufbauen und die Familientradition fortsetzen konnte. Miguel entschied sich dafür, den Fußstapfen seiner Mutter zu folgen, ohne sich von Reichtum verführen zu lassen, sondern ihn als Werkzeug für sein Wachstum und seine Erfüllung zu nutzen. Er widmete sich dem Studium und schloss, wie seine Mutter, sein Architekturstudium ab. Mit Entschlossenheit und Anstrengung schuf er sein eigenes Schicksal. Im Laufe seiner Reise heiratete Miguel und hatte Kinder, und das Haus, das ihm übergeben worden war, konnte erneut eine Familie beherbergen. Es war ein Ort, an dem er und seine Familie neue Erinnerungen schufen und glückliche Momente teilten, indem sie die Familientradition fortführten, die von Generation zu Generation weitergegeben worden war. Miguel zeigte, dass der wahre Wert des Erbes nicht nur in materiellen Besitztümern lag, sondern in der Fähigkeit, ein bedeutungsvolles Leben aufzubauen und Liebe und Glück mit denen zu teilen, die ihn umgaben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.